Und falls sie da ist, sag ich dir Bescheid, dann kriegst du die gleich. Ähm, sie könnte ja bei dir auf dem Schneemobil mit spawnen. Genau. Bäm. Ist das hier oder was? Sind wir schon da? Ist eine von einer von den möglichen Spawnpunkten. Aber ne, hier ist nix und hier auch nicht. Krass. Was ist denn hier? Ach, hier ist die Raid dann. Cool. Kannst du ja gleich mitnehmen, wenn du Bock hast. Ist die das wieder? Ja. Okay, wie schießt du nochmal mit dem Ding? Einfach drück einfach mal linke Maustaste. Genau. Oh, sehr schön. Hast du einen Tropfen? Nee. Doch, oder? Nee. Was schießt du an dem Punkt? Wenn du Punkt entkriegst, ist der Tropfen? Nee. Oh, da bringe ich mir noch eine etwas bessere Position. Weil das Ding hat so einen Zoom, du kannst ja eigentlich die ganze Karte damit treffen. Oh Gott, diese Karte, die ist ja krassig. Da ist ein Panzer. Kann ich den Panzer damit abschießen? Versuch mal, ja. Ich glaub du musst auch schaden an dem LW, ja. Der schießt auf mich. Oh ja. Deckung. Ich hab ihn abgetroffen. Boah, wie akku ist denn der bitte? Der ballert immer noch hierher, gell? Ah, der segelt. Treff dich trotzdem. Bam! Und ein Fahrzeug zerstört. So, jetzt habt ihr keine Google mehr. Die sind hier vorne in den Containern. In welchen? In den weißen? Ja, in den weißen. Da, wo ich jetzt mal drauf schieße. Kannst du sehen? Aber ich treff die gar nicht. Muss ich gedrückt halten, oder wie? Ne, einmal kurz klicken und dann lädt er, bis er schießt. Da hast du keine Chance mehr. Also wenn du einmal gedrückt hast, dann zieht er auch ab. Deswegen sollst du da nicht auf den Boden zielen. Wie gesagt, du musst exakt drauf zielen. Nicht drüber, nicht daneben. Kein Vorhalten gegen eins. Also nicht total lustige Waffel. Siehst du noch? Ah, da ist einer markiert. Nur das Blöde ist ja, wenn die sich bewegen, na? Naja, du kannst ja währenddessen zielen, auch während der Aufdicht. Okay. Was ist bei E los? Oh, bei E. Nicht getroffen, schade. Oh, so viele markiert. Komm, da musst du mal eingreffen. Komm schnell, komm schnell. Die bewegen sich alle. Nein! Gut, ich gehe mal kurz hier unten nach der Doctack noch gucken. Diese Waffe, die ist so krass. Ja, ne? Aber ich will damit mal was treffen. Echt mal. Im Killfeed, da ist einer vom lebendigen Team gerade richtig glücklich damit. Jetzt! Jawoll! Nein, ich habe keine Muni mehr. Nein! Das ist leider sehr begrenzt. Scheiße! Soll man nicht sagen. Und jetzt musst du hier liegen lassen, oder was? Die ist jetzt leer. Das ist wie jede Pick-Up-Date. Kannst du wegschmeißen und die spawnen dann irgendwann wieder. Oh. So, also bei Punkt A ist schon mal keine Doctack. Mitnahme, Versuche, Punkt... E. würde ich jetzt nicht unbedingt einnehmen wollen, weil da sind so viele... Ne, weil da schießt auch mit dieser Waffe. Soll ich dich aufgabeln? Ich bin jetzt bei C, ja? Ja, ich gabel dich mal. Das Schneemobil ist geil. Wuhu! Ab geht die Luzi! Boah, diese Map ist echt krass. Gibt es hier gar keine Jets, oder sowas? Nein. Nur Edis mit einem Hover-Tank. Boah, das ist irgendwie so markiert. Und... Oh, ich steige. What the heck? Meiner, alle Meiner! Sehr schön! Heeeey! Nein, Stinker-Henny! Ah, da ist mich in Ruhe, Junge! Hohoho! So weit kommt es noch. Ist hier irgendwas gerade rot markiert? Jetzt habe ich natürlich keine Flugabwehr dabei, na? Nein, das ist ein Ruhe, Junge! Geht! Dödet! 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 So, super! Ah! Danke! Und... F! Ist sonst schnell hochgefahren? Woh, wo ist es? Achso, ich bin dein... Ich fahr zu gehen. Warte, ich komm. Ich komm da durch. Das sieht aus. Oh, ich hab Fernlicht. Ah ja, brauchen wir das Müll. Ja, damit ihr noch schöne Lichthupe geben könnt. Das ist eigentlich ja. Warte, hier vor uns links... äh, vor uns rechts sind gleich welche. Hier, über den orangen Zelten. Weil hier spawnt nämlich die zweite... Ja, also noch. Willst du noch mal hier die Rager? Ja, wo ist sie? Ja, jetzt fangen wir an. So, jetzt musst du aufpassen, weil gleich neben uns ist deren Spawn. Am besten, ich fahr dich mit dem Mobil nach oben hin. Ja. Fahr ich nicht mal hin. Hier ein bisschen zentral gelegen fahr ich nicht. Nein! Shhh! Ah, jetzt kommt schon, da steht die Elie. Wer kommt? Der steht die Elie. Wow, wow. Okay, was ist mit dem los? Was wollt ihr von uns? Ich kann nicht auf den Visier... Ne, lass mal, wir müssen abhauen. Boah, was gibt's denn nicht? Der schießt auf mich wie ne Sau. Wo? Jetzt schießen ab, schießen ab, er hat abgedreht. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Nur Luft, am Rückweg. Oh, nein! Irgendwer hat mich da umgeschossen. Wer war das? Ein Pionier! Er nimmt die Waffe! Nein! Er hat sie! Nein! Ich wusste gar nicht, wo wir waren. Wo waren wir denn? Warst du bei A oder was? Nee. Hier ist bei A einer mit dem... LOL! Ah! Ich hab's 10! Es steht hier immer nur oben. Ist das die Waffe? Nee. Ja, hier ist die Waffe wieder. Hier bei mir. Achso, war das wo? Hier bei mir. Ah, ich komm. Siehst du auf der Minimap? Also das Köpferchen so bunt mit dem Stern. Wo seh ich denn hier was? Warte, ich fahr dich wieder hin. Hier oben beim Schriftzug. Ja, genau, da waren wir doch vor uns auch. Da stehst du ganz gut. So. Oh, jetzt... Oh krass, jetzt kommt ein Schneesturm. Ja, das stimmt. Da wirst du's da nicht mehr allzu viel sehen. Cheater! Aber bei C sind wir irgendwo welche. Versuch mal da was zu sagen. Ich fahr mal rein. Vielleicht kann ich sie mir ja auch vorher Schutz geben. Ah, da ist einer! Bei der blutgeschossenen Container, wo ich drauf zufahre. Ich hab ihn gespottet. Warte. Vor dir, ich seh dich laufen. Oh nein! Ja! Ich hab ihn! Es sind noch drei andere. Echt? Ja, ich hab ihn übrigens doch. In dem Container. Ich seh sie. Warte. Don't move, baby. Jetzt seh ich keinen mehr. Wieso kann ich den nicht spotten? Durch den Schneesturm geht es wahrscheinlich nicht richtig. Ich laufe mal wieder ran. Ah, er slappt irgendwas auf dich. Ja. Ich seh's. Ich kann ihn aber leider nicht spotten. Er steht rechts von dem Container. Ja. Kann ich dir ein bisschen unter die Arme greifen? Jetzt hat er mich! Nein! Er läuft dahinter. Oh shit. Er ist hinter dem Container. Hast du ihn? Ja. Aber wir kommen noch mal dran. Jetzt hat mich schon geholfen. Irgendwer hatte die Waffe sich geholt. Oh nein, die haben alle mit der Ace-52 oben. Irgendwer hatte sich die Waffe geholt. Ich hoffe einer... Oh, Panzer kommt. Oh ja. Ich... Ich helfe dir. Ist ausgestiegen. Boah, ich hab ihn getroffen. Ich glaub der ausgestiegen ist da? Ja. Das war sogar der, der mich vorne mischt hat. So, jetzt muss das LRW noch dran glauben. Ne, der ist ausgestiegen. Oh, wir haben's hier! Liegt da rum! Was sollte das denn werden? Das fährt aus. Echt? Echt was? So, mal gucken ob die... Links wieder da ist. Warte, ich follow die... Ich follow... Ja, ist sie wieder da. Ja? Willst du sie wieder? Nimm du sie mal, weil ich seh grad eh nicht so viel. Okay. Ich bring dich hoch, wenn du willst. Oh ja, warte. Ja. Stimmt, ich seh doch auf der großen Karte, seh ich sogar einen. Da wäre jetzt potenzielles Ziel. Gut, danke. Ähm... Der ist so irgendwo rechts markiert. Das ist so weiß! Was? Ja, ja, das ist scheiße. Du siehst halt echt kaum was, ne? Oh, da kommt einer mit'n Fallschirm rein. Ist doch das dich... Ah, da. Oh, das... Haben wir ihn gespottet? Mist. Der geht unten rein. Er ist da. Ja. Ja. No! Sind da mehrere unten drin? Ja, die sind da drin. Shit. Den treff ich doch gar nicht von hier. Einer ist down. Weil ich auch ne Granate werfen wollte. Hallo? Mann, der Schnee nervt! Hab's doch nicht mehr alle durch. Oh, da kommt grad einer zu dem... Spawnpunkt gefahren. Ja. Ey, du siehst gar nichts zwischen Schnee. Hahaha. Sag doch mal eins. Hier ist einer hier oben hinter dir, hinter dir. Oh! Hab ihn. Danke. Nee, der ist immer noch. Der ist immer noch. Der ist immer noch im Schneemobil. Der ist jetzt in unserer Base drin. Boah, ich seh gar nichts zwischen Schnee. Das ist so krass. Krass ist... Boah, dieser Schneestorm, ey. Der ist heavy. Boah, das ist ja wie Ameisensuche hier, ey. Boah, meine Güte, ey. Boah, das ist ja gar nicht so richtig. Oh, hier oben ist ein Sniper. Ein Sniper! Ich schau mal nach. Wo denn? Oh, ein Gott. Kritischen Schaden. Weil ich den Sniper überfahren wollte mit Melee. Ja. Haha. 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 Ja, Zähneputzen ist wichtig. Merk euch das. Geht Hannah jetzt schon ins Bett oder was? Ob du jetzt schon ins Bett gehst? Ja doch. Du spielst Dragon Age. Haha. Dragon Age zocken wir mehr. Ah. Ich geh mal, äh, ich flieg mal zu A. Ah, du bist ja auch da auf dem Hügel. Immer noch, ja. Ich hab noch zwei Schuss. Da steht noch irgendjemandes Name drauf. Ach, da seh ich doch schon mal einen Kollegen. Wo denn? Oh, ist der Schneesturm vorbei? Jaaaa! Oh, da kommt ein Transport-Heli. Cool. Ah, ist der ihn. Oh, ne, der ist ausgestiegen. Schade. Ah, selbst raus. Super, der hat sich mit dem Heli selbst geklebt. Oh, schade. Lada. Oh, da ist einer. Es gibt bloß einen Bulliungs. Bist du, oh, da oben, da hinten. Ja, es sind noch mehrere, die auch nicht runterladen. Ah, da hinten auf dem Hügel. Seh ich sie. Hilfe. Ich gucke nur, beide wegflaschen. Bin bei B. Nein, Hilfe. Einer mich. Boah, der läuft immer noch rum hier, der Wichser. Aber beide. Ja. No, irgendwas schießt auf mich. No, 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 no. Ja, bei dir ist ein kleiner Heli hinter dir. Ich bin weggeflogen. Ja, der hat B. Gut, dann kann ich ja... Ich wollte bei B mit. Ja, bei B wollte ich mit, weil da sind die alle. Ah, hier kommt ein Heli. Mist, die Railgun ist... Ah, doch, ja. Ah, perfekt. Ich lauf hier nur die Railgun und respawn. Mua. Das ist der. Ja, süß. Oh ja, ich seh den Heli. Ich kann draufschießen. Bam, Treffer. Wir sehen. Tschüss. Ha, der ist ausgestiegen. Er ist ausgestiegen. Ich drehe mal ne Runde und gucke mir mal die Gegend kurz an. Das ist, ob alles okay ist. Ja. Ja. Ich brauche da noch ein paar Zielen. Na, von uns waren sie alle bei B gerade. Oh, jetzt sehe ich sie! Oh, B. Oh, B. B. Oh, ja. Einen hab ich. Und zwei sind noch markiert. Und F haben sie eingenommen. Wo ist F? Ich flieg mal zu F. Oh, ganz weit weg. Ihr seid bei B. Dann flieg ich zu F. Wo ist F? F, 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 F. Hinten bei dem U-Boot. Nein. Ah, da. Ja. Ah, da ist ein LLV oder was ist das? Ja, ein LLV. Aber wenn du da nicht die spezielle Munition der Meli hast, machst du mal die Bremschaden. Ne, mach ich auch nicht. Ah, da kämmt einer oben auf dem Stein rum. Oh, ich sehe bei dir welche rumlaufen. Ah, wird mal stehen, wird mal stehen. Nicht weglaufen. Ja. Das wäre mal ein super Schussgeburt. Was? Oh, was geht denn bei B gerade ab hier? Das ist ja Wahnsinn. Haha, wieder einer weg. Irgendwas schießt auf mich. Ja, das ist ja klasse. Ja, das ist ja klasse. Ähm. Ist ja der LV bei B. Doch, die. E. Ah, da startet ein neuer Heli. Wow. Was schießt denn hier auf mich? Hab ich irgendwas am Arsch? Ja. 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 Ich hab's gebraucht. Guck mal raus, ich hab's gebraucht. Guck mal raus da. Guck mal raus da. Oh, ist hier ein kleiner Heli. Der verfolgt dich. Nein, ich werde weggesnipen, ich werde nicht helfen. Wir müssen nur irgendeine Name für das Phänomen geben, dass wenn du stirbst, der, der dich killt, in Millisekunde nach dir stirbt. Ja. Oh, dieser fucking Heli, ey. Ah. Ah. Du blöder Heli. Ah. Jetzt kann ich eigentlich meine Flugabwehr nehmen, hier. Ich weiß nicht, dass du ausgehend bist. Ja. Wir haben ja eh fast jeden Stützpunkt. Kann ich nicht. Das Ding jetzt wird angegriffen. Pff. 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 Oh, die Raygun ist gar nicht da. Oh, wir können das hier drauf haben. Oh, Dach getroffen. Wahnsinn. Pff. 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 Das war irgendwie für ein Arsch, das so Spawn da bei dem da drin. Hilly's frei! Next Hilly Tour! Ich kann dich auch wieder mit dem Doreggam schützen. Wir sind alle hinten bei F. Tatsächlich. Aber da flieg ich jetzt mal nicht hin. Ich kann nicht mal so viel machen jetzt. Weil ich hab nicht die Moni schon. Ah. So, wo ist jetzt mein B aus? Killhilfe! Juhu! Oh Gott, wie viele sind dort? Ah, da sind ganz viele auf dem Jügel. Ja. Oh, ich kann das nicht aufmachen! Komm! Ey, ernsthaft? Einmal daneben? Oh, ideal! Ja, da! Aber die Kacke mal. Was ist das denn? Das ist lustig. Das war so klar, dass dieser fucking Heli mir wieder hinterher fliegt. Das ist ja klar. Das ist okay, wenn ich ausgestiegen bin. Nee, das ist wenn ich ausgestiegen bin. Ach so! Das ist eh nur. Das ist wieder derselbe, ey. Schieß den runter. Jetzt ist er. Ich stütz glaub ich. Das ist ich. Transporteli bringt mir gar nichts. Nee, das bringt eigentlich nichts. Loy, was war denn das? Das ist grad irgendwie... ...leider gewesen. Da musst du eh drücken, Mann. Das ist lustig. Immer wenn ich hier herkomme, spau ich die gerade frisch. Oh, wieder hoch zu meinem Lieblingsplätzchen. Und so wieder gesnappert, bis sich die Balken biegen. Scheiß Camper. Oh, wo bist du im Sturm? Ähm, was ist das oben? Dieser mit diesem Tunnel rein. Das ist ja wieder unten drin. Der Camp da unten drin. Das ist bei E. E, der ist da unten dran. Oh, wie ging denn das dann eben? Bei E. Nee, Quatsch, Quatsch, nicht E. Unten. Aber da sind einige von uns jetzt eh da. Ach, ist das nicht. Aha. Fahr da mal wieder zurück zu B, Mann. Oh, ist der doof. Einmal schlafen… Oah… Hehehe, mofo! Haha, transporte in die DC-WM-Leute-Kammer. Überlebt das? Ja, überlebt. Oh no! Oh no! Und hat er sich gerechnet. Das ist gleich was, was zu schön ist. Ich repariere gerade einen Panzer. Oh, da draußen ist ja noch einer. Oh Gott, schnell weg, schnell weg, schnell weg! Oh Gott! Wieso denn immer auf mich, ihr blöden Penner, da hinten waren andere welche, Mensch! Na ja, was sollen sie die anderen nehmen? Nicht immer noch mich! Wer ist da im Transport-Heli? Ich bin das! Ja, wir haben ja ein Feind in den Soldaten! Oh, warum?! Warum spawne ich bei dir bitte? Ich bin nicht geflogen! Ich hab geschossen! Das war der Hollywood! Ach so, ich hab auch noch geschossen. Warum? Hollywood, du bist einfach nur... Scheiß, Wood! Ey, wer ist denn jetzt ins LMW rein? Ich wollte es fahren! Schon wieder der Hollywood! Der kann nichts! Ich geh raus! Der kann nur klauen, aber ansonsten kann er nichts! Ah! Snipe die auf mich, bitte! Au! Sau! Ist schon wieder der Schneesturm! Ey, das gibt's doch nicht! Tag doch mal diesen blöden Heli, Mann! Neben dem Schneesturm geht es wahrscheinlich überhaupt nicht! Was will ich damit? Oh, hier ist das schon volle... Ja, ich stecke alles! Oben auf dem Hügel war einer! Hüügel! Oh, da kommt was angefahren! Hab's getroffen! Hier oben war doch grad einer... Oh Heli! Lass mich rein! Ach, du fährst ja gar nicht mehr! Nee! Ich bin ausgestiegen und irgendwas schießt auf mich! Hinten das LLW, das LLW, das LLW hinterm Berg! Oh Gott, da ist ja noch was! Hilfe! Kann ich hier rein? Ja, ich kann hier rein. Ja, ich komm mit. Schnell verstecken. Da kommt noch ein LB, die spinnen. Naja, hier kommen ganz viele. Das ist sowas gegen LBs? Ah, der ist ausgestiegen. Hab ich. Und das andere LB? Irgendwas schießt auf mich. Ja, ach. Mist, hier ist noch ein Enti. Rett bei meiner Leiche. Jawoll! Ich hab ihn noch. Danke. Was, warum schreit denn eine Eins? Ja, da kommt noch ein Backproject. Achso. Ah, Heli, wer fliegt denn schon wieder? Schon wieder Hollywood? Oh, ne. Ja, Hollywood fliegst du mal bitte. Ne, Lolli xp fliegt. Oh, naja. Hallo, flieg doch mal. Oh. Haha. Oh, sag mal, was macht denn der? Jetzt, oh. Ich hab dich aufsteigen, das war so klar. Jetzt hab ich geschrieben, sorry und geht. Und fliegt. Ist der doof? Haha. Was ist das für ein Noob? Ein blöder Noob ist das, ey. Wahnsinn. Springen die immer rechtzeitig raus, wisst du? Ja, bin ich schon, bin ich schon. Ah, sehr gut. Ich nehm jetzt grad hinten... Was ist das? Irgendwas ein. Ehe? Ehe. Ah. Oh, da kann ich zu dir fahren. Oh. Hol mich ab. Ist kein Moment dauernd. Es schneid so sehr. Schnell wo die Musik ist. Ja. Ach, das ist dieses Mehrfachschussding glaub ich hier, wo ich grad drin bin. Ach, das Ding, ja. Ist ne Art stationäre Dimba-Schroti. Ah, das heißt F. Schöne Landschaft. Wunderschön. Haha. Fehlen nur noch die Tannenbäume und die Christmas-Beleuchtung. Ich mach dich bereit zu kämpfen. Bam! No, ich hab ihn, aber irgendwas hat mich auch. Erledigt von Bamper. Hat mich wieder erledigt. Bamper kämpft da hinter dem Waggon. Wagen. Waggon. Kill Bamper. Wow. Mist. Jetzt hab ich wieder nur die Flugabwehr dabei. Ich krieg nen Anfall. Haha. Warte, da kommt ein Transport-Heli. Die werden sich jetzt benutzen. Jawoll. Getroffen. Mobilitäts-Kill. Und er stutzt. Ah! Nein. Da kommt noch ein Heli. Echt? Wo? Da. Oh nein! Er hat mich. Oh nein! Ich musste nachladen! Ja, wieso haben wir denn nur den Transport-Heli-Fright? Das soll jetzt sein. Oh, wir sind jetzt nicht, wie es... Vor dir ist einer, oder was? Jawoll. Ich nehme jetzt mal die... Dings wieder mit. Wetten, wenn ich die jetzt wieder mitnehme, könnte ich die Flugabwehr gebrauchen. Bei dir steht Warnung. Soll ich bitte spawnen, oder bin ich dann gleich wieder down? Oh, da ist ein Heli. Jetzt hab ich wieder die Flugabwehr-App mit dabei. Nein! Nein! Oh, wie, der mich trotzdem noch holt. Das gibt's doch einmal nicht. Nein! Er holt mich! Er holt... Ah! Ich gucke mich jetzt! Ich gucke mich jetzt! Ich gucke mich jetzt! Ich gucke mich jetzt! Hat er mich? Hat er mich? Ja, ja. Jetzt schlieg ich mein Transport-Heli. Ganz so schön mit meinem Geh draufhalten. Ach. Mal den kleinen Heli holen wir es jetzt. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da vorne. Wo ist? Warten noch, bis wir näher an sind. Boah, hier ist jetzt gar nichts. Er liegt mir drüben, weil der Don-Spot-Heli liegt. Let's skip him! Skip him as always! Yeah! Ey, wir haben sogar einen Kill gemacht! Ha, geil! Nein! Yeah, baby! Jetzt ist er bei E. Es ist ein Argument fies. Ich versuch mal zu tacken. Ah, ich hab ihn vor uns. Er versteckt sich aber. Siehst du ihn besser jetzt? Ja! Nice! Boah, da ist noch einer! Da ist noch einer! Ich hab ihn gespottet! No! Was hat denn der RPG? Wieder dieser blöde Bamper! Mach den! Bam! Braun! Was ist denn das... Was ist denn das RPG? Das hab ich auch schon. Will ich das RPG nehmen? Nee. Nice! Ich muss den Treffer erst fahren. Juhu, wo bist du? Ich bin hier. Hier kommt jetzt die Drei-Ding. Ich wollte ihn noch behaben! Woa! Alles voller Infi ist hier! Ja, das ist richtig. Wenn ich ihn habe... Oh, da kommt der Leger! Oh! Da kommt der Leger! Oh! Oh! Du kommst dann auf keinen Kumpel in Zweig, oder? Nee! Ah! Ist jetzt mal... Wieder nur... Ich hab ein Transport-Heli, falls... If you like! Oh, davon ist einer! Ein Heli! Ja, wenn hier bei mir keiner spawnen, dann brauch ich auch nicht ein Heli, aber ne? Das ist ja... Der Transport-Heli ist ja total drin. Das ist der kleine... Aber trotzdem... Mist-Heli! Lass mich bloß in Ruhe! Das ist der kleine Kack-Heli! Das ist immer der gleiche übrigens im Heli! Du... Du... Du bist der Name nicht cool... Ah... Du wirst's mir nicht glücklich! Man, ich wünschte ich könnt ihm mal schnell sein Word! Dü- 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 te... Donimmt auch klein aufgeh 1500 Rund. Kann bitte jemand in den Heli einsteigen? Lol, der ist abgestürzt. Ich dachte, der hat mein Heli abgeschossen. Ist so doof. Oh, bist du, ich schaue es. I can hear you. So, ich hab den Bomber. Worauf soll ich pumpen? Hier, 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 bei, bei, was ist das? C. Ja. Oh, da steht nämlich, scheiße. Da steht nämlich ein Panzer. Ah, der bewegt sich aber zu viel, leider. Es bleibt doch stehen. Ja, aber guck mal, meine Rockets brauchen trotzdem ewig um dahin zu fliegen. Ah, ja, ja. Ich kann bei dir, ich kann bei dir, ich kann doch nicht, ich kann doch nicht bei dir spawnen. No disabled, und jetzt ist es schon vorbei. Ah, toll. Wie kommt man denn in den Panzer rein, äh, in den Dings, wo du bist, rein? Bei Punkt F, beim U-Boot musst du hochklettern, und wenn dann dieses große Flugzeug, genau, wenn hier das große Flugzeug im Modus bei Minimap kommt, dann kannst du hier diese Kuppel benutzen. Geh hier oben. Genau, aber das hat jetzt einen coolen Ort von einer Minute oder länger, keine Ahnung. Ich warte hier. Hahaha. Transportiert, oh, ah, ich bin wegsnappt. Wo bist du? Hinter dir noch. Genau, das meine ich, ich bin wegsnappt. Ey, hallo, wie kann der einen bitte sehen? Au. Mit dem Schnee. Immer der gleiche Kaste. Kaste. Mini Heli ist frei, juhu! Stuttgart-Heli, oh, ich bin Fan. I can heal you! So, da vorne ist ein Heli, den holen wir uns. Zwei Helis. Und nur den kleinen Scout-Elegan, oder ist jetzt nicht so tragisch. Schießen kannst du auch, oder? Ja, ja. Und der ist abgestürzt. F. 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 Das sind noch Infis bei F. 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 Oh, das sind ja Haufen Infis. Ja. Jetzt hab ich nichts mehr zu schießen. Oh, irgendwas schießt auf uns. Ja, das ist schon die ganze Zeit. Guck mal, meinst du ihr? Hast du irgendwas zum Schießen? Ja. Ich hab nur noch ein G. Ich hab nur noch ein G. Also meine PDW. Ja, unter dir ist ein Snowmobil. Das fährt jetzt zur A hinter. Oh, hier ist doch einer. Was? Wo? Hier unten. Ah, zwei! Ah! Geil! Ich hab ein G gekriegt! Es war Mofo! Juhu! Tschüss Mofo! Ey, wer steigt denn hier aus? Ah, der kleine Heli kommt von rechts! Ja, ist vorher, genau. Ich rapp dich, wenn's sein muss. Sehr schön. Ah, direkt vor uns. Okay, ich flieg mal lieber weg. Ich hab noch ein bisschen Schiss vor dem LEV hier. Nö, das kann dir eigentlich nix. Dann gucken wir's nochmal rüber. Haha! Das war geil, wie wir den Heli-Uhr da haben. Oh, hier unten. Was ist denn da rum? Back vor dir. Das ist hier in der Wüste. Ja, ja, ja. Ich seh da auf dem Berg. Schneewüste. Schneewüste. Ja, ja, ja. Ah, der wurde vom Bomber gehealt, ey. Was sollen wir angreifen? C oder was? Ich bin das übrigens. Ich gehe hier nur wild rum. Ach so. Ja, aber... Ich flieg mal zur D wieder. Oh, da sind ganz viele Infis. Ah, da rechts. Ich biebe mal in Bessir. Irgendwas hat uns im Bessir. Ja, da kommt der kleine Heli von rechts. Ja, ja, ja. Von rechts, Heli, deine Heli, deine Heli! Ach so. No, 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 no. Er rapped you, ist gut, dass er käme. Nicht wegfliegen, kämpfen. Ich rappe dich schon. Wo ist er denn? Hinter dir wahrscheinlich. Ah. Sehne nicht. Ah, scheiße. Der hat sich gerecht. LoL. Mist. Ja, das war klar. Wir müssen immer nach dem Ausschau leben. Und dann ist er selber. Der ist aber auch down. Der wurde mit der Ray Gun gekillt. Geil. Ich wollte gerade Infi Party machen, deshalb. Schade, jetzt ist nichts frei. Ja. Da hat es auch kein gutes MG für Infis. Ja, ja. Warte mal, ich gucke mal. Mal gucken, ob ich den... Was ist das Fahrzeug? Flug... Wo ist es denn? Ist es der Speehubschrauber? Ja. Ja. Ja, ich habe nur die Miniguns. Sekundär... Habe ich noch... Doch. Ne. Ähm. Das. Und was habe ich hier noch? Stealthbeschichtung. Die können wir mal rein machen. Wo ist denn der? Der ist noch nicht frei. Cheater. Ja, die Runde ist nicht so. Ah ja, aber ich kann sagen, wir haben ja eh gleich gewonnen. Nein. Äh. Halt den anser. Was kam? Nein, ich bin gerade schon gespawnt. Scheiße. Nein. Es ist hier ein anderer Typ drin. Was ist denn geiler macht der? Oh, der hat einen Bogen hier, der Einer. Hm? Ist das der geil? Ja. Der ist auch geil. Was? Wieso kommt der von vorne und kann mich laufen? Ich kämpfst nur grad gegen Narva-Tank. Oh, er hat ja rückgeratzt, er guckt zu uns rüber. Wow, 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 wow! Tanki, 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 Tanki! Ich bin weggerannt, juhu! LOL! Hat der Tank das jetzt verloren? Was ist verloren? Ich hab' der Tank das Spiel grad verloren hat. Ja, hat er. Oh, der hat den Bogen, ey, wie Hammer ist das denn? Den hab ich auch bald. Was brauchst du, du brauchst nur die Dinger dafür, oder was? Du brauchst mindestens eine von diesen Dog-Tags und du musst die anderen Phantom Assignments alle schon gemacht haben. Was musst du machen? Die Phantom Assignments. Was, wir gucken hier so zu mir. Oh, ich will auch den Bogen. Ist der geil? Ja. Boah, geil, wie der mit dem Bogen schießt, ey, das sieht Hammer aus. Ich will den auch. Oh, da müssen wir auch noch viel machen bei dir. Ich dachte, es waren nur die Dog-Tags, ne? Du musst auch die Assignments alle schon gemacht haben, bevor wir gemacht haben. Oh Gott. Die sind recht unverreich. Oh, das ist aber nett, wer ist denn das? Wer hat bei mir draufs? Ach, das bist du! Ich dachte, das ist aber nett. Ich dachte, jetzt klaut mir jemand hier den Dings. Ich bin doch immer nett. Das Snowmobil. Oh! Ich glaub, da müssen wir uns immer blasen lassen, sonst kann man das. Äh, oh, da vorne ist ein Infi. Hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Infi, überfallen, überfallen. Ja, 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 ja. Ah, scheiße. Ich hätte ihn beinahe überfahren, ich warte hier auf dich. Warte, ich komm zurück. Ich hab jetzt die Dings. Ich muss noch zwei Tickets rein, wo wir auf dich zu erschießen können. Ich bin bei DÖ. Ich sehe hier absolut nichts zum Geballern. Aber bei DÖ ist auch nicht los. DÖ ist ja schade. Ach, toll, bei dem Schnee-Stummenszen jetzt. Die Regen hat auch nichts. Naja. Ja. Ja, war trotzdem lustig. Ja. Ja, war trotzdem lustig.